Ja, hallo und herzlich willkommen zum Bum Simulator, ey cool, Skeletter, ich glaube es nicht, die haben hier ein Bild von Skelettern, Duke Skeleton, ja nice, lass uns mal hier umgucken, gibt es ja noch eins? Ah, Lost School, schön, jetzt müssen wir mal gucken, wo müssen wir denn hin, da schon mal nicht, muss ich da rein, jetzt müssen wir mal, hä, ich muss hier bestimmt irgendwo hin, in den Keller muss ich, was ist denn das? Da wurden Knochen zusammengefegt, okay, okay, da geht schon mal, okay, sie freut sich, ah ja, da können wir rein We're in, time to place those tracking devices on the vents, also, let's keep our eyes open for my body while we're at it Yeah, yeah, and your brain, oh, one more thing, pal, this place is heavily monitored, remember that we're undercover, so play it nice, we don't want the security to kick us out, okay, ready, let's go Ja, schön, 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 dass ihr wieder dabei seid, freut mich, dann lass uns mal gucken, wo die Lüftungsanlagen sind Wo sind denn eigentlich die Peilsänder, habe ich die in der Tasche oder hat er die in der Tasche? Keiner hat sie in der Tasche Lüftungsanlagen Okay Ja, Karl, du kannst auch mal Könntest auch mal mithelfen Eieiei, gibt's hier viele Karommagen Karl Ja, das Labor Hier sieht's vielleicht irgendwo nach Lüftung aus Ah ja, guck mal Ach, ein bisschen Pappe Die brauchen sie bestimmt nicht mehr So, dann schauen wir uns hier mal weiter um Gibt's hier oben noch was? Egal Kommst du, oder? So, eins noch Ähm, da waren wir, da waren wir Sag mal Sag mal, wie viel saufen die denn hier? Ach ja, bitte Dreckige Spiegel gibt's hier noch Ein Lüftungsschlitz fehlt uns noch Du hast den Schlüssel nicht Hm Jetzt schon I think this was the last one Ah, ihr Bus reduced the food budget Typical Mr. Bones I bet the buns are empty Or the weenies are of doubtful quality How dare you They are at least 30% meat Fine, let's give them a try 30% Immerhin, ne? Und tschüss Hey there friend I'm supposed to let you know That there are no cameras in the bathroom Nobody would know If you beat up someone there Took their keycard And disabled the security system This time You can be the last one laughing I'll be on my way Good luck Na dann Schade, den kann man gar nicht aufheben Ich wollte ihn da rüberwerfen So, ähm Wende die Schlüsselkarte an der Kontrolltafel Na, die hier schon mal nicht, ne? Hä? An welcher Kontrolltafel denn jetzt? Gucken wir mal Tja Hm Lassen wir uns hier doch mal genauer umgucken Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie offensichtlich Oh, wir haben auch noch Punkte Lass uns doch mal hier fliegende Fäuste nehmen Zack Kontrolltafel Ja, das ist eine Kaffeemaschine Ah ja Ketchup, Senf, Mayo Läuft Oh, da müssen wir hier raus Gehen wir Von da sind wir Da waren wir doch gerade, ne? Ja, da waren wir gerade Gehen wir mal hier hoch Gibt es hier eine Kontrolltafel? Nö Hier gab es auch keine Nö Hä? Ist immer das gleiche hier, ne? Man, ich finde Die Sachen sind gar nicht so offensichtlich Aber so eine Kontrolltafel Müsse doch eigentlich gut sichtbar irgendwo sein Da sind überall nur PCs Okay, wir fangen mal systematisch an, ne? Hier nicht Gibt es hier eine Das sieht ja dann nach Kontrolle aus eigentlich Da können wir nicht rein Der Typ ist K.O. An dem hier waren wir schon Jetzt gucken wir nochmal hier Überall liegen Flaschen Und wo das ist ja brutal, oder? Jetzt müsste ja irgendwas mit einem Kartenschlitt sein, ne? Wenn es eine Karte gibt Mann, 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 du Der nicht Hier nicht Hier nicht Hier nicht Hier nicht Ah, das ist aber auch blöd, ne? Ah ja, die schieben die mal eben nach vorne Okay, cool Okay Now we just have to wait for Big Bro He'll come Don't have a cow Great So we're stuck here like sitting ducks Poor pigeons I hope your stupid bird comes before Before they find out that we've stolen their machine My Big Bro will be here soon You just have to hold them off until he arrives Okay Ich muss die in Schach halten, ja, von wo kommen die denn? Oh 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, damit haben wir wohl nicht gerechnet Aua Arschloch Ja, so, jemand noch ein Problem? Ja, Duschehäber Das tat weh Ah, wie lange muss das hier, muss ich die denn in den Schach halten, bitte? Oh, oh ne, eingepennt, scheiße Oh, ne, muss ich das alles normal machen Ne, oder? Oh, ist jetzt nicht euer Ernst Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder auf dem Dach So, wir probieren's auf ein neues Ah, nein, 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 nein so wir sollten mal zwischendrin immer wieder was essen das ist eine blöde idee so nein 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 können wir uns das würde ich mir reindrücken das das ist ja das ist ja fies ok ja super wir wissen zumindest mal das essen nicht hilft schön nicht schön ja wir sehen uns gleich wieder auf dem dach so auf ein neues jetzt schock nieder hier so 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 ich habe mir nämlich extra ein bisschen stuff geholt der hier nämlich ordentlich leben auffüllt die mit ihrem scheiß ein bisschen aufhalten ist ja gut ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So läuft es auch ganz gut eigentlich Und falls ihr es schon erdeckt habt, die Tauben auf meinem Arm, die haben so Soldaten-Outfit Das habe ich mir im Taubengeschäft für die Federn gegönnt Oh, da kommt er Ja, was mit Karl? Oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet Ja, wir haben es geschafft Nice, die Story war dann doch recht kurz, okay Ja, aber amüsantes Spiel Ich meine, jetzt haben wir ein paar Folgen gemacht Ich denke, es reicht auch soweit mal Aber wie gesagt, für ein Early Access amüsantes Spiel hat mir Spaß gemacht Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen Spaß gemacht Und dann freue ich mich schon auf euch beim nächsten Let's Play Bis dahin, bleibt mir gesund Alles Gute Ciao Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020